Das Akriturismo Via del Papiri liegt in Syrakus, Syrakusa in Sizilien und Liparische. Es liegen keine weiteren Empfehlungen für das Hotel vor. Insgesamt haben drei Gästen das Hotel bewertet und vergeben insgesamt 3,5 von 6 Sonnen, welches eine mittelmäßige Zufriedenheit widerspiegelt. Die Bewertungen sind allerdings nicht aussagekräftig, da nur drei Bewertungen vorliegen. Nun die Bewertungen im Detail. Service. Ein hervorragender Service wird Ihnen in diesem Hotel geboten. Das zeigt die Bewertung von 5 von 6 Sonnen. Zimmer. Dank der guten Sauberkeit, Ausstattung und Größe der Zimmer vergeben die Gäste hierfür 4,8 von 6 Sonnen. Gastronomie. Das Angebot der Küche dieses Hotels entspricht den Erwartungen der Gäste und wird mit 4 von 6 Sonnen als gut bewertet. Hotel allgemein. Die Kategorie Hotel allgemein umfasst die Sauberkeit und Zustand des Hotels. Hier scheint das Hotel die Erwartungen der Gäste nicht gerecht zu werden und erhält nur 2,7 von 6 Sonnen, Lage und Umgebung. Die Gäste bewerten die Lage des Hotels mit nur 1 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.